Hallöchen ihr Lieben, heute schauen wir uns mal was richtig geiles an, denn ihr seht schon auf dem Schild, zu verkaufen vom Eigentümer. Und was gibt es denn zu kaufen? Ich finde eine richtig geile Investitionsmöglichkeit für Leute, die sich hier auf Greta was aufbauen wollen. Warum? Ihr seht es gerade schon ein bisschen hier im Video. Es ist aktuell noch ein Lost Place, war mal eine Taverne mit Bar. Wir sehen hier noch so ein bisschen die Überreste des ursprünglichen Gebäudes. Innen drin ist auch noch ein Fliesenspiegel, hier hinten noch ein Ofen. Das hier ist der Sitzbereich, da kommen wir gleich noch zu. Ja, hier sieht man noch gut Fliesenspiegel, links daneben Toilette. Ja, also kannst du eigentlich platt machen, aber der Ausblick. Schaut euch einfach mal diesen Ausblick an. Auf den einen, zweitgrößten Strand hier in Bali. Von hier aus kommt dann die Bar, die ehemalige. Ja, und guck mal, mit dem Ausblick hier sitzen. Wow. Führt sogar auch noch ein kleiner Weg hier runter. Und du hast dann nämlich auch noch von hier einen Ausblick auf den zweitgrößten Strand von Bali. Ist das nicht mega? Also ich finde wirklich den Ausblick gerade mega, mega geil. Richtig gute Location. Keine Ahnung, was es kostet. Ihr habt die Kontaktmöglichkeiten gesehen. Wenn ihr noch was investieren wollt auf Kreta, vielleicht ist es ja für den einen oder anderen eine Option. Also ich finde es wirklich richtig toll. Da soll es für heute auch schon gewesen sein, ihr Lieben.